als menschheit also die situation in der wir sind ist ja selbst kreiert ja also im grunde genommen wenn wir die haltung annehmen von ein viktor schauberger damit seinem spruch die natur kapieren und kopieren ja also wenn wir sagen wir können aus der aus den vorgängen der natur wenn wir sie verstehen also kapieren eine menge lernen natur an sich anschauen wie sie ist ohne dass da schon ich sag mal degenerative strukturen hand angelegt hätten zu erklären wir haben die erde ganz schön runtergewirtschaftet ja wieder natürliche frequenzen aufgebaut dies im organischen system überhaupt nicht gibt und wenn die angetragen werden haben wir ein problem okay all diese dinge meine ich mal wenn ich von der natur an sich spreche spreche ich von der natur in ihrer natürlichkeit und wenn ich das so tue und wir anschauen wie die natur das regel man spricht von einer homeostase ja die natur regelt ja also da wissen wir das schon nicht nur von hierakliet dass alles bewegung ist alles sich bewegt alles schwingt alles fließt ja man kennt es ja schön auch in der kardiologie wenn man sich ein herz anschaut ein kardiologe zum beispiel und einen ganz klaren rhythmus erkennt dann ist dann ist im grunde genommen schon die 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 glycerin pille in der nähe das heißt der manche ist oder die person in höchste lebensgefahr also da wo ganz statische pulse kommen gleichmäßige pulse das mag die natur gar nicht da ist dann höchste ich sag mal in diesem falle auch lebensgefahr angesagt das heißt eine gewisse unordnung scheinbare unordnung eine gewisse unruhe ist erforderlich für die emotions schritte das gehört also mit dazu das hat auch eine zeit gebraucht dass ich das mit nicht verstanden habe ich wusste ich habe mit vielen kardiologen zu tun gehabt ich habe zwei drei freunde die sind chefärzte als kardiologen die haben es auch aus ihrer forschung erklärt was ihren persönlichen erfahrungen mit tausenden von patienten haben sich mir erklärt und ich kann das biologisch sehr gut auch darstellen also ganz wichtiger punkt der aber jetzt noch nicht sagt warum jetzt gerade so viel chaos da ist also hat mir sehr geholfen eine arbeit von einem meiner mentoren geistigen mentoren ilya prezogin ein exil russe ja ich glaube vor 40 jahren einen nobelpreis bekommen hat für diese entdeckung dass chaos wichtig ist für neue evolutionsschritte die sogenannten dissipativen strukturen er hat festgestellt dass nicht nur biologische systeme sondern auch chemische systeme immer nur dann sich weiter entwickeln also in komplexere systeme übergehen immer an den punkt dass sie von chaos leben und dann wo das chaos der chaotische zustand am maximalen punkt angekommen ist wo man denkt da geht jetzt nicht mehr ja fast ein lieben kann die jahre sondern exponentieller verlauf zum schluss und das fühlt sich ja draußen gerade so an ja ja in dem moment gibt es dann irgendwann diesen punkt wo das ganze umschwingt in ein hochgeordnetes system das war so eine interpretation und insofern ist das auch die geschichte wer weiß denn die dunkle seite ja wofür sie wirklich denn letztlich da ist meistens haben gerade die dunkelsten der dunklen vergessen dass sie nur protagonisten sind ja und dass sie auch nur eine rolle spielen und wir können dann vielleicht sogar dankbar sein dass sie da sind und wir uns da durch sie wieder befreien können durch also unsere eigenen schatten und ängste und so weiter dann sozusagen los das habe ich jetzt das ist interessant ich werde jetzt das kommt mir eine sache in erinnerung das ist auch schon wieder ein paar jahre her da bin ich auch ein kongress in zürich gewesen und ich wusste da gab es jemand der mir wirklich an die wäsche wollte es gab massivste art ich habe sogar polizeischutz gekriegt vom blutkarten abgeholt worden mit polizeischutz und dann kam mir auf diesem kongress kam mir diese wesenheit entgegen ich hatte ein bild von ihm ich wusste sein namen ich habe im internet gegoogelt jemand der mich offenbar aus dem wege räumen wollte ja dann kommt er auf mich zu gut schnaubend ja die leute konnten ihn kaum festhalten und ich ging auch auf ihn zu aber voller freude ich habe ihn einfach umarmt und weiß nicht was ich gesagt habe aber ich habe ihn einfach umarmt und das war nicht gespielt das war nicht gespielt und war völlig entwaffnet da kriegte ich gar kein wort mehr raus ja ja